Laut Bundesregierung tritt ab kommenden Montag wegen der Corona-Pandemie wieder für die gesamte Türkei eine Reisewarnung in Kraft. Es gelten also dann auch keine Ausnahmen mehr für die Touristenregionen. Die fehlenden Einnahmen aus dem Tourismus schwächen das Land weiter. Die türkische Lira befindet sich schon auf dramatischem Abwärtskurs. Laufend sinkt die Kaufkraft der Menschen, die Preise hingegen steigen. Eine Teufelsspirale und immer mehr Menschen im Land fürchten um ihre Existenz. Das ist Alas Tokar, 43 Jahre alt Familienvater, wohnhaft in Istanbul, er arbeitet als Vertriebsmanager. Alas verkauft Automatisierungszubehör. Das ist derzeit in der Türkei alles andere als einfach. Denn die Produkte müssen für Euro oder Dollar importiert werden. Und weil die türkische Währung Lira ständig fällt, wird das Zubehör immer teurer. Wenn jemand vor zwei Jahren drei Produkte gekauft hat, kauft er heute nur noch eins. Oder jemand, der damals noch ein Ersatzteil kaufte, denkt sich heute, ich kaufe es erst, wenn die Ware, die ich habe, kaputt geht. Warum? Weil jeder sparen muss. Alas hat studiert. Dementsprechend verdient er etwas besser. Doch auch er spürt die Inflation im Land. Noch mehr spüren Hilfsarbeiter die Preissteigerung. Sie könnten sich von Monat zu Monat weniger leisten, so Alas. Alles wird teurer. Seit April, seit Beginn der Pandemie, wurde alles um etwa 50 Prozent teurer. In einem Land, in dem der Mindestlohn bei etwa 260 Euro liegt, wurden die Menschen also innerhalb von fünf Monaten um 40 Prozent ärmer. Doch der türkische Staatspräsident Erdogan spricht lieber nicht so viel über die Wirtschaft im Land. Stattdessen widmet er sich ständig außenpolitischen Gefechten. Zuletzt mit dem französischen Präsidenten. Insbesondere diese Person Macron. Was ist sein Problem mit dem Islam? Was ist sein Problem mit den Muslimen? Macron hat wohl eine psychische Behandlung nötig. Alas liebt klassische Musik. 2018 und 2019 war er mit seiner Frau und dem Sohn in Deutschland. Sie besuchten Berlin, Bayreuth und die Dresdner Philharmonie. Sowas geht dieses Jahr gar nicht. Deshalb denkt Alas viel über die türkische Wirtschaft nach und über die Frage, warum dieses Thema öffentlich so wenig diskutiert wird. Was weltweit viele Politiker machen, machen auch unsere. Um die Bürger von wirtschaftlichen Problemen abzulenken, werden andere Themen in den Vordergrund gerückt. Aber im türkischen gibt es ein schönes Sprichwort. Die Mütze ist runtergefallen, die Glatze nun sichtbar. Immer mehr Türken kaufen keine Importprodukte mehr, weil die Preise explodiert sind. Viele geben deshalb ihr Geld für türkische Produkte aus. Ein Effekt der Krise, den Alastogar nicht gut findet, der türkische Staatspräsident aber schon. Wir haben die Eine